Hier werden die Schrauben erzeugt aus dem Walzdraht und von dieser Spule geht sie dann weiter in die Maschine hinein. Das sind die Einzugsrollen, da wird der Draht eingezogen, dann abgeschnitten, eingesetzt in die Matrize, da wird er einmal vorgestaucht und dann kommt ein Kreuzschlitzstempel und der macht die Kopfform und dann wird er ausgeworfen. Danach kommt es dann in die Schleuder, wird das Öl ausgeschleudert. Die gewaschenen Schrauben werden oben in den Fördertopf hineingeschüttet, kommen über die Gleitschiene runter und werden dann in die Gewindewalzpackung eingesetzt. Das zeige ich jetzt vor. Rindewalzpacken für die Gewindemaschine. Die haben so Rillen drin für die Steigung und so werden sie dann eingebaut. So ist ergerlich drin auf der Maschine. Da kommt dann die Schraube eingesetzt und die Walzdraht, das gewinnt ihr rauf. Wir erzeugen hier metrische Schrauben von M2,5 bis M6 mit einer maximalen Länge von 28 mm. Im Selbstschneidebereich der Schrauben sind wir aufgestellt vom Durchmesser 2,2 bis zum Durchmesser 4,7, abermals wieder mit einer maximalen Länge von 28 mm. Der große Vorteil, warum Grausennehmer immer noch Schrauben selbst macht, ist natürlich eine sehr geringe Reaktionszeit bei Schwankungen in der Produktion, bei Qualitätsproblemen, bei Lagerfehlern. Wir sind hier in der Lage innerhalb von vier bis sechs Tagen wieder lagerfähige Schrauben zu erzeugen und natürlich bei größeren Aufträgen, die spontan kommen oder schnell geliefert werden müssen, schnell zu reagieren. . Bis zum nächsten Mal.